Warum sind wir hier? Ich weiß schon. Wir haben so eine Location für unsere Endzeit-Story-Ding. Kack. Ja, und diesmal kommst du mit, weil du bist nicht mehr hier mit raushalten. Ja, Penner. Ich habe mich nicht rausgehalten. Ich musste arbeiten, ich musste was tun für mein Geld. Hau, so fest war der Schatten nur wieder weg. Geht's dir eigentlich gut? Sollen wir dich vielleicht auch ins Krankenhaus bringen? Nee, geht's dir eigentlich gut? Ja, ich muss ihn jetzt mal wieder weg. Untertitelung des ZDF, 2020